Hallo und willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal, ausgewandert nach Polen. Ja, ich habe mal wieder heute Morgen so ein paar Medienberichte gesehen und jetzt gibt es das doch in Deutschland, den sogenannten Impfzwang. Wie sieht das eigentlich bei uns in Polen aus? Gibt es bei uns wirklich so ein Corona-Chaos? Sind wir hier wirklich gezwungen, ein Testergebnis zu haben, beziehungsweise Doppelgimpf zu sein, um ins Restaurant zu gehen? Dies und noch viel mehr seht ihr gleich nach meinem kurzen Intro, also bleibt dran! Ja, hallo und willkommen zurück hier bei Ausgewandert nach Polen. Vorweg eine Frage. Habt ihr meinen Kanal bereits abonniert? Und habt ihr das Glöckchen gedrückt? So verpasst ihr auch kein Video mehr? und Daumen nach oben und kommentieren bitte. So, nichtsdestotrotz, es geht jetzt um das Thema Goldrücken in Deutschland. Wenn ihr jetzt aus Deutschland zuschaut. Impfzwang. Hat die Mutti der Nation, die Mutti der Herzen nicht damals versprochen, es wird kein Impfzwang geben? Das ist doch alles Lüge. Jetzt ist Mallorca als Hoch-Sicherheits-Risikogebiet mal wieder. Ich möchte nur mal abwarten, wann die Bundesregierung mal wieder Polen nach oben stuft. Nur weil wir jetzt keine Hilfe nach Deutschland schicken, weil wir keine Lust drauf haben. Denn das war verdammt gut, ganz sehr guter Plan, gehe ich davon mal raus. Polen hat nach unten kein Risikogebiet mehr, weil ihr Deutschen, ihr braucht hier wieder Erntehelfer. Also sagen wir einfach mal, Polen ist kein Risikogebiet und die Idioten werden schon nach Deutschland kommen und für euch Spargel stechen und Kartoffeln ernten. Werden euch praktisch helfen, weil ihr Deutschen für diese Arbeit irgendwie nicht ausgebildet seid oder auch keine Lust habt oder von beiden etwas. Gut, ich mache Spargel stechen für 8 Euro die Stunde, würde ich jetzt auch mitmachen. Und dann habe ich doch die Mittel entholen. Und verdienen besseres Geld wie in Deutschland und lebe hier auch viel sicherer. Also ganz kurz noch einmal zu dem Impfzwang zurück. Ich habe jetzt mal ein paar kleine Videoclips. Schaut euch die einmal an und geht mal in euch und überlegt mal, was ist da eigentlich, was wird da eigentlich gemacht bei euch? Erst heißt es, es gibt keine Impfpflicht, dann heißt das, ihr dürft nur, wenn ihr den PCR-Test habt. Jetzt heißt es, ihr müsst geimpft sein, mindestens die doppelte Dröhnung nach einer Langzeitstudie. Nach anderthalb Jahren gibt es schon eine Langzeitstudie über den Impfstoff. Gab es schon mal einen Impfstoff, der von jetzt auf gleich so schnell hergestellt worden ist, wo dann gesagt worden ist, die Langzeitstudie hat bewiesen, der ist sicher, der ist gut. Also mindestens 85 Prozent der Deutschen müssen geimpft sein. Warum? Wie kommen sie jetzt auf die Zahl von 85 Prozent? Was ist mit den anderen 15 Prozent? Sind Geimpfte weniger ansteckend wie Ungeimpfte? Wie gesagt, seitdem dieses Chaos ausgebrochen worden ist, war ich 2000 in Deutschland. Ich war in Hamburg für ungefähr vier Monate. Da ging es ja schon los mit der Maskenpflicht hier und Maskenpflicht da. Ich habe nicht einmal eine Maske getragen. Auch in Polen trage ich keine Maske. Genauso wie die restlichen 98 Prozent der Bevölkerung in Polen. Gehe ich jetzt davon mal aus, 98 Prozent. Ich zeige euch noch mal ein paar kleine Clips hier aus Polen, aus Lubin. Und dann könnt ihr euch doch mal Videos anschauen und könnt mal zählen, wie viele Personen ihr mit einer Maske seht. Und ich gehe mal davon aus, wird unter einem Prozent liegen. Weit unter einem Prozent. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch jetzt mal ein paar kleine Videoausschnitte. Die sind aktuell, sind von heute Morgen bzw. noch von gestern Abend betreffend Impfzwang. Wer sich pieksen lässt, kann satte Geldpreise gewinnen oder eine Kreuzfahrt zum Beispiel. Und bei uns heißt es heute aus dem Kanzleramt, Geimpfte werden in Zukunft wohl mehr Rechte haben als Ungeimpfte. Ja, wie sind die Reaktionen? Da schauen wir gleich drauf. Zunächst ein Blick auf die Impfkampagne. Stand Freitag. Laut Robert-Koch-Institut haben 60,8 Prozent der Bevölkerung eine Impfung. Doppelt geimpft sind mittlerweile 49,1 Prozent. Und für eine sogenannte Herdenimmunität in Deutschland müssten sich mindestens 85 Prozent impfen lassen, sagen Fachleute. Das haben wir noch lange nicht erreicht. Was also tun? Justus Kliss fasst die Diskussion zusammen. Vor dem Stadionbesuch erst in die mobile Impfstation, Spritze und dann ab in die Fankurve zum Zweitligaspiel FC Nürnberg gegen Erzgebirge Aue. So kann ein unkompliziertes Impfangebot auch aussehen. Ganz bewusst hier. Wir haben festgestellt, dass gerade die Altersgruppen zwischen 20 und 50 noch nicht geimpft sind oder vielfach noch ungeimpft sind. Auch auf das Impfangebot in den Impfzentren jetzt bei uns noch nicht eingegangen sind. Und so kommen wir einfach zu den Menschen vor Ort. Und hier treffen wir natürlich sehr viele davon. Derzeit nimmt die Impfbereitschaft ab. Deshalb kommen warnende Worte aus dem Kanzleramt. Dessen Chef Helge Braun sagt heute in einem Zeitungsinterview, Geimpfte werden definitiv mehr Freiheiten haben als Ungeimpfte. Das könne auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant, Kino und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Risiko zu hoch sei, so Braun. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet, lehnt das im ZDF-Sommerinterview ab. Und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Ich wünsche mir, dass wir eine hohe Impfquote erreichen und da sind wir gerade mittendrin. Es brauche mehr Tempo beim Impfen. Wenn wir dann im Herbst sehen, die Impfquote ist immer noch viel zu niedrig, finde ich, muss man dann weiter nachdenken, aber nicht jetzt. Ganz anders sieht das der CSU-Chef. Ich glaube, es ist ein Fehler, einfach auf Zeit zu spielen, wo wir keine Zeit haben. Natürlich braucht es Rechte für Geimpfte. Klar ist, wer zweimal geimpft ist, sich und andere schützt, der muss nahezu vollständige Freiheit haben. Und es ist ein großer Unterschied gegenüber jemandem, der nur getestet ist, denn gerade die Schnelltests haben kaum Sicherheit. Insofern hat Helge Braun recht. Das sehen auch die Grünen so. Bisher war es richtig zu sagen, Test muss gleichgestellt werden wie Geimpfte, weil wir ja nicht genug Impfstoff hatten, um allen Menschen ein Angebot zu machen. Aber aus dieser Phase gehen wir jetzt halt raus. Also insofern wird man einfach damit rechnen müssen, dass es so kommt, dass zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften unterschieden wird. Aus meiner Sicht auch zu Recht. AfD und FDP hingegen lehnen Einschränkungen für Nicht-Geimpfte ab, wie auch die Linkspartei. Ich finde, wir brauchen niedrigschwellige Angebote und jetzt keine Maßnahmen, was man als Ungeimpfte alles nicht darf. Man muss die Menschen überzeugen, das ist notwendig. Einige von denen haben heute das unkomplizierte Impfangebot im Stadion angenommen. Die Debatte um die Freiheitsrechte Geimpfter und Nicht-Geimpfter wird wohl auch den Wahlkampf bestimmen. Ja, zum Thema Wahlkampf in Deutschland. Ich habe lange in Deutschland gewählt. Und jetzt zu einem Entschluss bin ich auch gekommen in Deutschland. Also egal, was gewählt wird, vergess das. Meine letzte Wahl in Deutschland gebe ich offen zu. Ich habe zweimal die AfD gewählt, weil ich glaube, die AfD ist die einzige Partei in Deutschland, die wirklich noch für das Land kämpft. Die Altpartei, alias die Mutter der Nation, die Weltretterin, hat seit 2015 damit begonnen, das einst wunderschöne Deutschland richtig zu ruinieren. Und dann kam ja natürlich Corona wie gerufen. Was hat es gemacht gehabt? Erst einmal hat man euch den Mund verboten. Also ab mit der Windel ins Gesicht. Ist ja heute immer noch so. Ihr müsst ja heute immer noch über die Windel tragen. Gibt es in Polen nicht. Da Polen kein Infektionsschutzgesetz hat, ist da auch kein Maskenzwang hier bei uns. Mit der Windel im Gesicht war ja noch nicht genug. Ja. Da wird dann auch noch gesagt, nein, es treffen sich immer noch zu viele. Ja, können sich ja immer noch austauschen. Ja. Und eventuell noch so ein bisschen die Wahrheit ans Licht bringen. Ja. Also was wird gemacht? Ihr wurdet zu Hause eingesperrt. Ja. Nachts dürft ihr nicht mehr raus. Ja. Außer natürlich, dann gab es nämlich komischerweise, wie diese klitzekleine Ausnahmen zum Joggen mit dem Hund Gassi gehen, wenn ihr zur Arbeit müsst. Aber dann nur, wenn ihr eine Bescheinigung vom Arbeitgeber habt. Ja. So. So, Freunde. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ja. Und was Problem ist. Die meisten, ja, die glauben immer noch diesen großen Schwachsinnler. Ja. Und jetzt immer noch nicht mehr. Das ist ja nicht genug. Früher ist es ja noch. Nein, es wird kein Impfzwang geben. Und dann ging es langsam los. Ja. Wer nicht geimpft ist, ja, der muss weiterhin die Maske tragen. Ja. Und jetzt heißt es, der nicht geimpft ist, bzw. nicht doppelt geimpft ist, die wird verwehrt, ins Fußballstadion zu gehen, Fitnessstudios zu besuchen, Restaurantbesuche. Ja. 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 Was soll der Impfstoff denn bewähre kennen? Es wird auch noch großkotzig behauptet, ja. Die Leute, die geimpft sind, ja, die sollen sich und andere, ja, schützen. Das heißt, ich bin jetzt nicht geimpft. Und ich werde mich nicht geimpft lassen. Bin ich jetzt ein Risiko für die Leute, die geimpft sind? Bin ich jetzt ein Risiko? Ja. Ab in die Kommentare. Schreibt doch mal offen und ehrlich eure Meinung rein. Was haltet ihr von dem Impfzwang? Weil es ist jetzt ein Impfzwang. Ja. Alles das, was die Herrscherinnen des Universums, den Namen will ich gar nicht in den Mund nehmen, weil dann wird mir das schlecht, ja, alles versprochen hat, was es nicht geben wird. Ja. Also, und jetzt zeige ich euch mal in ein paar kleinen Videoausschnitten, wie es hier in Polen läuft, mit der Windel im Gesicht, alias mit der Maske. Seid gespannt, wie sie aussieht. Ich drücke Telefonnummer oder wie? Natürlich. Jeder hat eigene Aufgabe. So, liebe Leute, das ist Lublin, das ist die Republik Polen. Du brauchst die nichts abstecken. Aber ja, ich kdo, das ist sehr, was die Maske. Das ist ein Problem, Anton. Du bist nicht drauf. Das ist gut. Es ist gut. der Du durchfangen. Aber das, was er〜st du mit dem Konjunktur? st du nicht? Es ist gut. kurz tanzen und dann geld sammeln aber ich habe bei bierglas aber ich habe kirscht wir können hier kirschen verkaufen kann man probieren gratis es gibt keinen wach als die Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Videos noch angeguckt habt bis jetzt und dass ihr immer noch dabei seid. Jetzt aber meine Frage an euch. Wie viele Leute habt ihr gesehen mit der Rindel im Gesicht? Wie viele? Auf den Clips hier aus Polen. Wie viele habt ihr gesehen? 1, 2, 3, 4, 20, 40, 100? Nein, wie schon gesagt, in Polen gibt es kein Infektionsschutzgesetz, das heißt, du kannst auch nicht bestraft werden, wenn du keine Maske trägst. Gibt es nicht. Dann gehst du hier zu Gericht und sagst, ich erkenne diese Strafe nicht an und dann wirst du auch fein gelassen in die Strafe. Auch ein Kollege auf YouTube-Kanal, auch der hatte ein Mandat bekommen, ein Uskildbescheid, der ist zu Gericht und hat gesagt, nee, die Strafe erkenne ich nicht an. Was ist passiert? Die Strafe wurde fein gelassen, weil es eben halt in Polen kein Infektionsschutzgesetz gibt. Nichtsdestotrotz, ihr habt gesehen, ihr habt, wir waren da gerade mit einem Kollegen im Lokal, wir haben da gesessen. Die vor uns waren welche, in denen uns waren welche. Habt ihr gesehen, dass irgendeiner eine Maske trug? Nein. Auch, wo wir Pizza essen waren, habe ich leider keine Videos von und auch keine Bilder. Im Bereich und Außenbereich proppevoll. Da gibt es keine Armlänge, Abstand, so 1,50 Meter oder 2 Meter. Nein. Dicht am Dicht saß ich mir an den Tischen. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Also kein Abstand. Keiner mit einer Maske. So, habt ihr jetzt jemanden mit Maske gesehen? Also ich nicht. Trotzdem, oben ist noch einmal verlinkt. Einige Videos hier aus der Altstadt, hier aus dem Wien. Ja, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die Videos an. Und dort werdet ihr auch sehen, Maske trägt keiner, beziehungsweise noch nicht einmal ein Bruchteil. Trotz allem möchte ich jetzt von euch gerne wissen, was haltet ihr jetzt von dem sogenannten Impfzwang? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Wie seht ihr das? Ja. Seid ihr damit zufrieden? Seid damit einverstanden? Ja. Wenn ihr nicht geimpft seid, ihr dürft nicht mehr ins Restaurant. Ihr dürft dieses nicht, ihr dürft jenes nicht. Ihr seid eine Gefahr für die komplette Menschheit. Wenn ihr nicht geimpft seid, seid ihr schlimmer wie das schlimmste Virus, was es gibt. Ich bin gespannt. Schreibt mir die Kommentare. Beleidigungen und sowas. Muss ich mir nicht anhören. Aber könnt ihr gerne schreiben. Soll mir recht sein. YouTube wird sowieso zensieren. Also schreibt mich bitte nicht an. Mit einem Kommentar da unten. Wieso ist mein Kommentar gelöscht? Ich lösche keine Kommentare. Ich lasse die Kommentare alle so stehen, wie sie sind. Egal was ihr schreibt. Gut, das war es dann für das heutige Video. Das nächste Video will ich hoffen, mal wieder ein paar Eindrücke hier aus dem wunderschönen Städtchen Lublin in Polen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.